Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie man sieht, hat im Coop Bau & Hobby bereits schon die Adventszeit einzugehalten, mit allem, was man braucht, um das Haus aussen und innen glanzvoll zu schmücken. Ob am Haus selber oder an den Strich im Garten befestigt, verbreitet eine Lichterkette schon von weitem vorwiehnachtlicher Stimmung und festlicher Glanz. Spezielle Ständer erlauben es aber auch, Bäume für eine gewisse Zeit und sicher dort aufzustellen, wo sie am besten zur Geltung kommen. Wer die Möglichkeit hat, den Weihnachtsbaum später im Garten auszusetzen, findet dieses Jahr bei uns auch schöne Nordmannstannen im Container. Grüne Tannenhandbünde aus Nobilis und Nordmannstannen heissen den Besucher schon vor der Haustüre willkommen. Natürlich schön dekoriert mit Weihnachtsschmuck aus dem Coop Bau & Hobby. Zu der schönsten Seite der vorwiehnachtlichen Woche gehört das Schmücken der Wohnungen. Allem voran natürlich mit einem Adventskranz. Neben der fertigen Adventskranz in verschiedenen Ausführungen kommen sie bei Coop als Zubehör zum Saubermachen rüber. Auch für hübsche Tischdekorationen oder selber bastelte Geschenke wird es jetzt langsam Zeit. Musik 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 Ausser der romantischen Kerzenschlehe, prächtigen Artglasdekorationen oder farbigen Dekoupagen für kreative Gestalten können Sie in unseren Läden noch eine Vielfalt von weiteren Geschenkideen entdecken. Unter anderem ein Compact-PC mit 17-Zoll-Monitor, Aktiv-Lautsprecher, installierte Software usw. Das Angebot können Sie jetzt 400 Franken günstiger rüber, unter einer Bedingung, dass Sie die Supercar dabei haben. Ohne Bedingungen geht es jetzt weiter, und zwar mit einem Beitrag aus der Studioküche. Mehr als 700 Jahre kennt man im kleinen, sympathischen Appenzellenland den einzigartigen Würzigen Käse. Das allreiche, herrliche Gericht kann man damit zubereiten. Rund ums Jahr und für viele Gelegenheiten. Eines davon hat Armin Amrein ausgesucht, und das hat auch noch einen anderen Grund. Richtig, alle Appenzeller Käse sind bei Kopi jetzt nämlich günstiger. Mild, aus Biomilch und ebenfalls der gut gelagerte Appenzeller Sureschwa. Grüezi miteinander. Mehl, Eier und Milch zu einem Teig verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und in wenig Brotbutter dünne Omelette backen. Für die Füllung Appenzeller Sureschwa und Tomatenscheiben auf die engte Hälfte der Omelette legen. Zusammenfalten und fächerartig in eine ausgebutterte Gratinform schichten. Für die Sauce geriebenen Appenzeller mit Halbrahm und fein gehackten Peterli und Schnittlauch und Musken Nuss verteilen. Mit Pfeffer und Musken Nuss würzen und über die Omelette verteilen. Nach 10 Minuten im vorgeheizten Offen kann man das herzhafte Berglergericht, das auch im Tal unten gut ankommt, mit einem Blattsalat servieren. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Milch, Eier und Mehl, Salz und Pfeffer, Appenzeller Sureschwa, Tomaten, Halbrahm, Peterli, Schnittlauch und Musken Nuss. Danke, Armin. Alle Appenzeller Käse gibt es, wie gesagt, jetzt günstiger. Und das sind jetzt noch weitere Aktionsangebote von dieser Woche. Ein Kilo Dohlbananen kostet 1,95 Euro. Und mit der Coop Supercard kommen Sie sechs Pakete Galaspagetti zum halben Preis über. Und auf Bio-Halbweisbrot von Coop Naturaplan gibt es 70 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Die Importparfümerie hat heute eine exklusive Geschenkidefin parat. Auch die Toilette und die Bodylotion von Gai Mattiolo für günstige 79,90 Euro und zusätzliche 1'000 Superpunkte. Soviel für heute aus dem vor wie nächtlich eingestimmten Coop Studio. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten auf Wiedersehen. bis zum nächsten Mal.